Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal was klarstellen. Und zwar ist YouTube auf einmal nicht mehr das alte YouTube. Ich weiß, ich habe mal ein Video dazu gedreht, aber heute mal was Neues. Und zwar ist halt YouTube anders geworden. Bei YouTube verliert man Abos, weil ich hatte am Anfang 68 und als ich mal wieder an YouTube kam, auf einmal nur noch 65. Das liegt an YouTube. YouTube löscht die Abos. Das finde ich nicht gut. Ich finde es auch nicht cool. Bei den Videos gehen die Aufrufe weg. Also man aufruft einfach an, zum Beispiel du hast zuerst 1000 Aufrufe und du freust dich so mega. Am nächsten Tag guckst du dein Video mal an, ob du mehr hast, Aufrufe. Auf einmal steht dann nur noch zum Beispiel 100 Aufrufe. Und dann bist du einfach mega traurig. Und bei den Daumen. Bei den Daumen sieht man manchmal nicht, wie viele Daumen nach oben und wie viele Daumen nach unten. Es hat... Ich finde es einfach nur noch sehr, sehr, sehr blöd. YouTube gibt dir sogar Daumen nach unten. Ich finde das einfach nicht cool. Ich finde das echt blöd. Auch bei mir ist es jetzt passiert, bei den Abos. Ja, ich bin echt im Moment sehr traurig. Ähm... Bin auch im Moment auch wegen sonst traurig. Ah, es hat auch mit YouTube zu tun, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ja, ich finde es einfach nur noch so, 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 blöd. Ähm... Sorry, dass ich gerade so mache. Aber ja. Mich liegt das im Moment echt auf. Ich verliere Abos. Ihr verliert sicher auch Abos. Wenn ihr auch Abos verliert, schreibt es unten in die Kommentare. Keine Ahnung, was ist das? Ich kann es dir so machen. Egal. Ähm... Ich finde das einfach nur noch sehr blöd und ich möchte, dass das alte YouTube wiederkommt. Ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Wenn ihr das, wenn ihr das auch wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Hashtag altes YouTube. Und zusammen werden wir das schaffen. Ich hoffe, ihr versteht das auch, dass ich halt im Moment auch sehr traurig bin. Äh, ja, ich bin mir noch am überlegen, ob ich eine YouTube-Pause will machen. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Ja, Leute. Das war's jetzt mein Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bitte, bitte, wehrt wieder das alte YouTube. Ich bitte euch, ich bitte euch, YouTube. Bitte, bitte, YouTube. Eben, wenn ihr das wollt, schreibt, Hashtag altes YouTube. Äh, das war's mit dem Video. Bye.